Ich lasse niemanden mehr meine Frau verletzen. Die Tension ist aus der Skeletalform. Sie sitzt. Geh auf. Ich werde dich schauen. Du bist selbst in Tode bemerkenswert treu. Die Frau hat mich geschaut, als ich eine Kugel war. Sie hat mich in, gefeiert mich und hat mich warm gehalten. Sie hat eine Loyalität. Ich werde sie nicht verlassen. Nicht bis sie wächst. Mein Herz hat verletzt und mein Gehirn hat weggefallen. Kein Problem. Ich bleibe hier. Ich bin davon überzeugt, dass wir dem kleinen Mädchen helfen können. Kannst du sie ansprechen? Ich komme da nicht mal runter. Ja, ich kann sie ansprechen. Die junge Frau ist still und silent in dem Zentrum des Flusses. Verbunden von Chains. Es ist schwierig für sie nichts zu tun, bis sie entfernt werden. Wir können auch einfach sowas hier machen. Ja, oder ich lass erst mal gucken. Kannst du ja da runter gehen und gucken, ob du noch irgendwas findest. Die junge Frau liegt still. Ne. Ich bring mich wieder nach oben. Ich muss nur erstmal warten. Noch zwei, wirklich. Irgendwie hast du dich getroffen. Scheint so. Es ist weg und es brennt noch. Cool. Du kannst Geisterflammen machen. Wir haben die Säulen zerstört, die das katatonische kleine Mädchen gefangen hielten. Die junge Frau liegt still auf dem Boden. Augen öffnen und schreien. Seine einzige Bewegung ist die kleinste Rieche und Falle von ihrem Knochen. Die Mädchen Augen schlafen nicht so weit, als du nahe lehnt. Seine Fingern sehen, dich immer so wenig. Wenn ich jetzt wüsste, was ich bei Gedächtnis und Stärke habe. Warte mal eben. Gut, Gedächtnis habe ich 21. Da war noch was. Ich bin an der Küsse des Sch... Mitten in den Katakomben haben wir ein katatonisches kleines... ...und die untote Katze Knöpfke war noch an ihrer Seite. Ja, wissen wir doch bereits. Gut, also was habe ich gesagt? Verstand habe ich am meisten, ne? Oder war es Gedächtnis? Ja gut, einfach nach. Äh, Gedächtnis war es. Definitiv Gedächtnis. Konzentrier dich. Ich kann nicht helfen, wenn... ...wenn du dich nicht selbst hilfst. Die Mädchen schlägt die Titans. Eine Flasche der Farbe, die sich über ihre vorhin blödlösen Featuren verbreitet. Sie ist stärker geworden. Statt genug, um zu gehen, vielleicht. Das klang wie ein Abschluss. Wir haben beschlossen, das kleine Mädchen mit zurück auf die Rache für Sünde zu nehmen. Vielleicht wird es später noch möglich, das böse Wesen in sie hier zu verbannen. Wir haben Knöpfke mit. Ich kann sie trotzdem riechen. Sie muss näher sein. Ich will sie finden, egal wie lange es dauert. Kannst du mal eben speichern? Ich will mal was ausprobieren. Das ist übrigens ein riesiger Teddybär da in der Ecke, ne? Ja. Monster, greifst du mir die arme Katze an. Tja. Wie viel Leben hat er? Okay. Ist besser so. Hat das wenigstens was dabei? Ein Knochen. Ein Knochen, schön. Naja, in dem Fall ist es tatsächlich besser. War jetzt grubelos, aber... Äh, wie weit sind wir jetzt in der Folge? Sechs Minuten. Sie haben die Dämonen-Lieb. Okay, dann können wir noch... Äh... ... herausfinden, wie wir die anderen... ...treten können. Haben wir irgendwas in den Logbuchern... äh... Äh, stopp, 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 stopp. Wir wollen alle reden. Was? Was? Das? Was? Das? Was? 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 natürlich gerettet werden kann, muss irgendwie... versichert werden. Versichert werden. Und das hat man jedoch eben gemacht. So, dass es das Problem lijkt, einfach die Kan captionieren... ...bel Podil zeichnet. Was wir hier sehen, ist intellektuelle Befestation. Das Kind von Stähkömmigkeit. Es wäre besser, dass jemand ehrlich arbeiten, als dass ihn mit einem... ...Dämon für Eternity. Ethan hätte mir nicht zugestimmt, die Katze umzubringen. Hat er nämlich gerade gesagt. Besser die Katze umbringen, als ewig die Katze da drin auf ihre Herrin warten zu lassen. Könnten wir sie interpretieren, ja. Ja, da sind wir eigentlich hier durch, oder? Ne, da kommt noch was, oder? Ne, wir müssen ja noch irgendwie, äh, Hebel finden. Hebel finden? Ja, ich kann ja mal den Meister in der Mitte fragen. Oder einer der Meister. Oh, was hat der zu sagen? Er schweift ihre Füße in der roten Masse hinter dir. Er schweift scharfe Knochen tief in den Boden. Du bist fast sicher, dass die Beine einen schneller, mehr panischeren Puls zu ihnen jetzt. Hmm, home sweet home. Ne, ne. Mein Dank. Mit der Balance gestorben, habe ich das Kraft, um meinen Passenger unter Kontrolle zu halten. Auch nach all diesen Jahren, er schweift mich immer noch, dass sein Körper erhebt. Mortals können so schreckliche Kreaturen sein. Ich will auch nichts dazu sagen. Ich will auch nichts dazu sagen. Ich will auch nichts dazu sagen. Du hast was gefunden. Ich habe den Rückgratwinder gefunden, den hätte ich gerne. Klingt jedenfalls nicht schlecht. Was habe ich denn dann noch? Ich habe dir was geschickt und wenn du zu mir kommst, kannst du es einsetzen. Was ist denn da? Wo bist du denn da? Ich muss eigentlich nur das Ding ansprechen, glaube ich. Die große Forge ist schwarze, mit einer Art von alten Arbeit. Inside ist eine Kastung für eine ornate Handel, fleckt mit glitternden Bitten Silber. Ja, und was hast du mir geschickt? Ja, und was hast du mir geschickt? Hast du, hast du, hast du, äh... Ein Silber, ähm, Barren. Ein Silber, ähm, Barren? Ein Silber, Barren? Wo ist denn der? Hast du den jetzt eingesetzt, oder? Nee, ich weiß nicht, wo der ist. Wie sieht denn das Schaft, da? Exzellend. Wir können dieses Schaft, um eine der Tür zu öffnen. Könnte ich ja beide nutzen, ne? Äh, ich benutze auch mal. Oh, wir können das gleichzeitig benutzen, ist ja cool. Äh, wo ist der Silber, Barren, Hen, da? Da haben wir jetzt, glaube ich, zwei von den Dingern. Ja, wir haben zwei Silber in den Hebel. Moment, da brauch ich ja nichts machen, dann haben wir ja eigentlich genug Silber. Kann man das irgendwie verkaufen? Äh, Tatsache, ja. Dann müssen wir ja nicht mehr Hebel herstellen. Habe ich schon. Dann können wir ja eigentlich schon zum ersten, zum nächsten, zum nächsten Dings. Was? Beim zweiten waren wir auch, ne? Ja. Warte mal. Beim ersten waren wir nicht. Hier waren wir. Was? Was? Ja, hier müssen wir rein und in den... Da haben wir noch. Da haben wir schon. Ich bin ja auch nicht... Ich bin ja schon. Dann bin ja schon. Da werden wir noch nicht. Ich bin ja schon. Und dann bin ja schon. Ich bin ja schon. Du bist ganz gut. Innerhalb. Du hörst ihre Geistern. Der Geist muss dir教en, damit du ein Geist werden kannst. Und dann ist es weg. Ich habe das Garten. Wer geht da? Ich habe das Garten. Wer geht da? Du musst verlassen. Derjenige, der getötet wird, wird dein Geist. Lass es nicht sprechen. Lass es dir nicht sprechen. Nein. Du musst verlassen. Du musst nicht darüber sprechen. Du musst nicht darüber sprechen, derjenige, der getötet wird. Es wird deine Geistern. Es wird deine sehr Geistern. Äh... Gedächtnis gibt's nicht, ne? Eine Hand heben und die Quellenenergie zwischen deine Fingerspitzen rieseln lassen, die ich nicht hab. Dem Priester versichere, dass ich Macht besitze von der normalen Sterblichen und träumen können. Ich kann töten, was nicht leben darf. Fuck. Nein, 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 du, du bist einer davon. Du musst dich verabschiedet. Du musst dich verabschiedet. Du musst dich verabschiedet. Du musst dich verabschiedet. Ja, der Kass hat's vergessen. Tschüss. Wir können ihn angreifen. Es funktioniert nicht. Ich habe etwas zu diesem. Ich bin nicht entschuldig. Von Stein bis Stein. Von Stein bis Stein. Von Stein bis Stein. Ja, das ist so. Ähm, dann warte mal hier. Dann geh ich mal eben rüber. Ja. Kann mich ja ganz easy zu dir porten. Genau. Kann mich ja ganz easy zu dir porten. Die Statue sieht fast aus, dass deine Augen klammert. Ein Kriegerbeutel schwebt von der Erde und schreibt eine Nachricht für die Redenbrüste. Gehen wir mal rüber zu mir. Da ist gerade eine Briefeule gekommen. Ich höre dazu. Vor allem die hat auch nur ihn angesprochen, noch nicht mich. Roter Prinz, ich bin derjenige, der dich beobachtet hat, aber du klingst all zu Leben zu viel zu wütend. Wir müssen darüber sprechen, der Grund für deine Auspulsung vom alten Empire. Und wir müssen darüber sprechen, der Roter Prinzessin. Find mich auf der namenslosen Isle, im Tempel von Zor Stissa. In der Presence der Gottes, lasst die Krieg und die Schäden treffen. Wir müssen darüber sprechen, dass du dich beobachtet hast. Du bist bei mir? Ja, ich bin jetzt bei dir. Ein Wort, wenn ich bitte? Ich weiß, dass du dich nervös um die namenslosen Isle zu verlassen. Aber ich kann es fühlen, dass ich hier unverteiltes Geschäft habe. Die Roter Prinzessin. Das Geheimnis meiner Seele. Ich kann es sagen, dass sie nahe ist. Es wäre für uns nicht zu versuchen, sie zu finden. Deswegen laberst du mich jetzt an? Such den Spiegel. Das heuer. Fähigkeiten. So. Ein. Runter von Lehrmeister. Dann ein hoch auf überreden. Wir können eigentlich auch zwei von Lehrmeister runter, ne? Ja. Dann sammeln wir einfach... Weißt du was? Ah ne, ich kann noch maximal fünf haben. Gut, dann... Dann nehmen wir mal Telekinese. Einfach nur, weil es lustig ist. Kann ich noch irgendwas ändern hier, wenn ich schon mal hier bin? Hättest du all skilled up, ähm... Als Talent nehmen müssen, hättest du einen Skillpunkt mehr für den Zivilbereich. Gibt es da noch irgendwas speziell? Ja, das ist eigentlich schon ganz gut, was ich hier hab. Na ja, hättest du sechs. Nein, das... will ich nicht. Ich frage, war das jetzt das super heftige oder... kommt das erst noch? Ich frage, war das nicht. 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 So. Äh, ah ja. Ach ja, warum lauf ich eigentlich? Ich brauch den hier machen. Ist doch wesentlich einfacher. So, und versuche ihn nochmal zu überreden. Geht nicht. Er will mich nicht mehr, er will mich nicht mehr mit ihm reden lassen. He. Echt? Ja. Mit ihm reden. Kannst du jetzt mit ihm reden? Ja, ich kann mit ihm reden, aber... er sagt dann... Nö, ist nicht. Er sagt, ihr müsst fortgeschickt werden. Ihr seid unwürdig. Pfff. Woll mal, sagt er dann. Wenn ich jetzt was ändere, dann kann ich, glaube ich, mit ihm reden. Dann geh ich mit Fane einmal... So... Und dann... Ich weißt, man kann so... äh... ... zur Rachefürstin einfach so porten. Ja, wie hast du das denn gemacht? Ich bin zu Fuß eingelaufen. Natürlich. Deswegen war es doch so schnell. Ach ja, stimmt. Hätte oben rechts auf dem Anker klicken können. Fane, Fane, Fane. Wo ist Fane? So... Was? Wird so machen. Okay, ich kann ihn, glaube ich, jetzt überzeugen. Mhm. Ich bin super stark. Ich bin ultra. Ich bin super stark. Ich bin ultra. Ich bin super stark. Wer muss man nicht sagen? Möchtest du es, wenn du es kannst. Aber lasst es nicht sprechen. Ich versiege dir, lasst es nicht sprechen. Der Lock funktioniert. Ich bin ein Tank. Okay, dann speichern wir hier nochmal. Wenn das das ist, was ich denke, was das ist, dann wird das mega krank. Okay, dann kann ich ja die nächste Folge einläuten, ne? Ja.